Eric Barbolat leitet das Familienunternehmen seit dem tödlichen Unfall seines Vaters im Jahr 1998. Ein Gespräch mit einem Mann, der den Tennissport in allen Nuancen kennt. Tennisnet, Monsieur Barbolat Es heißt, ihr Deutsch sei sehr gut, Eric Barbolat, das war's einmal. Ich habe vor etwa 20 Jahren viel Zeit in Österreich verbracht, in Bergheim in der Nähe von Salzburg, wo wir damals unsere Außenstelle hatten. Tennisnet, was uns zur Frage bringt, warum gibt es aus dem Hause Barbolat keine Alpinski? Barbolat, wir haben sicherlich darüber nachgedacht, weil viele Unternehmen vom Tennissport zum Skisport gekommen sind. Aber wir haben uns seit Beginn des Tennissports auf Seiten, Schuhe und anderes konzentriert, um genau zu sein. Mein Großgroßvater hat schon 1875 die ersten Tennisseiten entwickelt. Zu jener Zeit wurden gerade erst die Tennisregeln festgelegt. Nur zum Vergleich, das war zwei Jahre vor dem ersten Wimbledon Tournee. Und seitdem sind wir dem Tennissport verbunden. In den 1930ern haben etwa René Lacoste oder Susanne Lenglen mit unseren Seiten gespielt. Und so haben wir uns auf Racketsportarten spezialisiert. Wir machen wenige Dinge, aber diese dafür gut. Tennisnet, wie riskant war es für das Unternehmen Barbolat, mit der Produktion eigener Schläger zu beginnen. Barbolat, diese Entscheidung hat mein Vater Mitte der 1990er Jahre getroffen. Und damals war dies natürlich mit einem Risiko verbunden. Die goldene Ära war da gerade vorbei. Als Björn Borg gespielt hat, war Tennis überall, auch in der Mode. Danach ist es bergab gegangen, nur noch Tennisliebhaber haben sich für unseren Sport interessiert. Die Verkaufszahlen für Schläger sind nach unten gegangen. Mein Vater hat zu jener Zeit gesagt, wir müssen den Tennisspielern einen Grund geben, den Schläger zu wechseln. Da hat es auch in unserem Unternehmen Stimmen gegeben, die gesagt haben, warum gerade jetzt? Und mein Vater hat gemeint, dass wir in der Lage sind, stärker als die Konkurrenz zu sein und ein innovatives Racket herstellen zu können. Niemand hat auf uns gewartet. Und wir sind auf Widerstände gestoßen, Pete Sampras hat damals mit unseren Seiten gespielt, aber als wir dann selbst Schläger produziert haben, hat sein Hersteller gesagt, Sampras darf unsere Seiten nicht mehr promoten. Tennisnet, mit welchem Spieler haben sie den Durchbruch geschafft? Barbolat, wir haben 1994 unser erstes Racket auf den Markt gebracht. 1998 hat Carlos Moya damit die French Open gewonnen. 1998 war ein wichtiges Jahr für uns, auch aus einem traurigen Grund. Mein Vater ist in diesem Jahr bei einem Unfall bestorben. Aber bei den Damen hat Kim Kleisters mit unserem Schläger gewonnen, bei den Junioren Fernando González. Wir hatten also eine Vision. Und auch als mein Vater gestorben ist, mit nur 51 Jahren, haben wir diese Vision weitergeführt. Obwohl ich damals erst 28 Jahre alt war, Dominik Thiem ist der Botschafter für diesen Schläger. Tennisnet, wie haben sie selbst den Einstieg in den Tennissport gefunden? War Bolat, wir sind immer noch ein Familienbusines. Aber bevor ich etwa nach Österreich gegangen bin, habe ich als Bespanner auf der Tour gearbeitet. Da habe ich viel über unser Unternehmen, aber auch über die Spieler gelernt. Es ist nicht besonders schwierig, einen Schläger zu bespannen. Aber für die Spieler ist es wichtig, dass sie auf ihr Material vertrauen können. Mein Vater hat mich damals in die USA geschickt, auch um Englisch zu lernen. Das hat funktioniert, aber ich habe auch gelernt, wie wichtig unsere Produkte für die Spieler sind, wie wir ihnen selbst Vertrauen geben können. Tennisnet, und man kann damit gutes Geld verdienen. Bar Bolat, natürlich ist es ein Geschäft. Aber die Leute spielen ja nur Tennis, wenn sie es lieben. Wir arbeiten in einer leidenschaftlichen Welt. Und das ist fantastisch, Tennisnet, Rafael Nadal oder Jo Willfried Zunger spielen den klassischen Bar Bolat-Schläger. Dominik Thiem ein komplett anderes Modell. Worin liegen die Unterschiede? Bar Bolat, der erste Spieler, der auch ein eher auf Kontrolle bedachtes Racket gespielt hat, war Fernando González. Eigentlich zielen wir auf Power und Spin ab. Dominik ist ein Spieler mit viel Power und er hat seinen Schläger, den pures Strike, sofort geliebt. Zunger hat sich an diesem Racket versucht für ein Jahr, aber Dominik ist der beste Spieler, der mit diesem Schläger spielt. Und er ist unser Botschafter für diesen Schläger. Zunger hat sich an diesem Racket. Untertitelung des ZDF, 2020